Während der Taufe erleben wir Befreiung, aber auch danach und Heilung und auch wie Menschen unter die gewaltige Kraft des Heiligen Geistes kommen. Und genau das siehst du in diesem Zeugnis hier. An diesem Tauftag haben wir viele mutige und willige Jesu Nachfolger gehabt, die bereit waren, für euch öffentlich Zeugnis zu geben. Jedoch, das werdet ihr gleich hören, war es sehr, sehr windig an diesem Tag. Und es fehlte die entsprechende Technik und der Ton ist dementsprechend schlecht. Ich möchte trotzdem einige dieser Zeugnisse so nach und nach veröffentlichen. Hört sie euch an, sie werden euch ermutigen. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, wir brauchen nicht nur eine bessere Technik für unsere Aufnahmen, sondern vielleicht gibt es dort draußen ja einen Kameramann, der uns seine Dienste bei Taufen und vor allen Dingen an unseren Heilungs- und Anbetungsabenden zur Verfügung stellen möchte. Dann melde dich bitte, bitte bei uns per E-Mail. Ja, bitte für dich noch weiter, egal, puste, raus damit, in Jesu Namen, alles raus, alles raus, alles raus, alles raus. Wir lassen dich alleine jetzt mit dem Heiligen Geist, das machst du Heiliger Geist, danke, mehr von dir Heiliger Geist, halleluja, mehr, mehr, mehr von dir, mehr, noch mehr, noch mehr. Heilung rein, Heilung rein, Schmerzen raus, Hilfe brauchen wir da, kommt ganz viel Heilung rein, das ist ganz viel, das macht der Heilige Geist, der macht das Herz. Kann man sie hinlegen, vielleicht macht das schon der Heilige Geist, ganz viel rein, mehr von dir Heiliger Geist, mehr und alles raus, alles raus, alles raus, alles raus. Okay, halleluja.